Ja, wir sind am Ende von dem Programm angekommen, das hier ist der Öscher Orben 2024, ist vorbei, Uwe blieb, hey. Aber was wir jetzt noch mal mit euch alle mal zusammen machen, jetzt kommen noch mal alle Künstler, wenn sie noch da sind, wenn sie nicht in den Bett gefallen sehen, kommen jetzt auf die Bühne, wenn wir sagen, merci, dass ihr alle mal gekommen seid, weil das herrlich schwer, hey, ihr auch, der Öscher Orben zu führen, denn ich hoffe, das Programm hat euch ein Kizier gefallen. Ja, und das letzte Wort, das hat auch der Veranstaltungsleiter, ich muss es ja immer noch mal sagen, der Michael Kostler, der ist für die Orben verantwortlich, wenn das knöpft, das hat er hier, klatscht noch uns nötig, Michael, das ist dein Mikro. Ach so, ne, warte, ich nehme das, alles gut. Ja, wir haben das letztes Jahr schon gemacht und ich finde, das gehört so ein bisschen mit dazu zum Öscher Heimatgefühl und ich würde das gerne zur Tradition werden lassen, ich habe letztes Jahr der Hatzensspruch von Heidi Merckx und ich glaube, das ist so sinnbildlich für das, was wir Öscher fühlen, wenn wir sagen, was ist her mit Spruch, weil es Hatzensspruch, wie gesagt, von Heidi Merckx und habt noch zwei Minuten und hört noch zwei Minuten zu. Mein Hatzensspruch, der erste Wort, die ich vernomme, die aus der Modermorgung sind, komme wo, wir Freunde, das ist wo, wird verächtem Modderspruch. Ich kund noch nicht richtig joh, weil hat euch auf Platz verstorben. Wenn eine Modder sagt, kiegt ein Tor, der klinge Buchse, Mann, ob sie minket, bist schön brav, wenn wechtigen sind Müllchen auf. Wie spiel da ist die Schulzeit komme? Frühwache, der Junge, der Lurse, in der, der Jupp, der Bitt, der Nöller, der Klöss, der Lirer damals, hier ist es der Fuss. Alle Mängel, das wurde auch nicht wahr, mir aus der Lirersprache, aus der Mothersprache. Wie die Schulz war langs, in der Lir ging an, da fand ich als Lirer ne junge Mann, der hau, wie man seht, hoch abbezogen, war einfach sonst ne echte Öscherjungen. Da jeden Tag wird lustig gesongen, in so menschen Aventüren ist zusammen gelungen. Da bin ich auch, ob da dann sind sie jahre, entblief direkt warm an der Mädchenhange. Und wo aus dem Wibelsjahr sind, nächst ein Movesjo, wie das dann so ist, wo handelst die Sache nicht lang überlaat, und ob es stande samt flott, jo, jo, ihr sagt. Das kommt, und das bei uns geht mir rakel durch, und das ist auch schön Öscher-Hatzens-Spruch. Ich hann solche Sprache als Genk, jung und Mann, und sprach Türkse so platt, wie ich Evans meckan. Und hat man mich, da für auch hat ausgelad, da hann ich an die Grillechter gesaat, lach mir, an die Sprache, da kann ich jenge kratzen, das ist mein Sprache, und die könnt verhatzen. Und wenn ich mich spier, da doch nie als Mus lehe, und da durde man mich, ob es ein Schöp hat krähe, da wölge ich ihn lebst, für ihn lebst du noch höre, ein Paar wird Öscher-Platt, jenge darf mich da stüren. Und mit Herz hat er für nichts lehet, nur lege ich mich doch sicher in Öscher-Eht, steht da krieg ich in seinem Graf, sagt nicht Adier, sagt, hey, leidene Öscher, en, oche, Allah. Merci, Heiden.